Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Nier Replikant. So, ich denke mal, dass die Maus hier aus dem Bild muss. Ah! Oh komm, hier können wir speichern. Ich bin ziemlich, gehe ziemlich stark davon aus, dass ihr zu ihrem Bossfight kommt, auf jeden Fall. Nö, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist ungesund. Alles klar. Bis jetzt eigentlich ganz easy. Oh, Nevermind. Dann habe ich dich wohl auf. dich blabber. Hier geht's mir aber nicht. Du hast neine. Ich würde mich schnauern. Der Ab Lazio ist da, was ich immer weils nicht denken. Oh, ich denke mal. Ich denke mal. Ich denke mal. Wenn das nicht Angst hast. Ich denke mal, wir machen uns nicht. Ich denke mal. Easy, 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 wir sollten da Zeichhau nehmen. Easy, okay. Easy, easy, easy. Easy, 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 easy. Easy, 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 easy. Easy, 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 easy. Easy, easy, easy. Easy, 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 easy. Nice. Kann ich eigentlich, wenn ich hier so ne? Hallo, Wand. Oh, die ist richtig, okay, einen haben wir, easy. Easy, easy. Easy, easy. Easy. Easy, easy. Easy, easy. Easy, 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 easy. Ange neem. Ange neem. Ah. 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 Er hat die Maske verloren. Er hat die Maske verloren. Er hat die Maske. Er hat die Maske verloren. 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 Ich schaue die Arsch... Ich schaue die Arsch... So will ich die Arsch... und ich stehe die Arsch... Ich stehe, Arsch... Das ist das Lied. Ich bin der Arsch... Sie haben das Foto-Sara-Tainter. Die Arsch... Sie sind natürliche Arsch... Ich bin der Arsch... Ich bin der Arsch... Hm. Du hast das Einhandschwand Alles klar Du hast das Einhandschwert Wiedergeburt erhalten Das tut mir leid, dass er so viel durchmachen musste Das war kein Problem Winkarekissot? Ja, wenn man sie wiederholen kann, dann kann man die Korkmonn-Bio wiederholen werden. Es gibt nur ein Verständnis, aber es gibt nur ein Verständnis. Wenn man sich ein wenig zu helfen kann, dann muss man was, was man kann. Man kann man sagen, man kann man sagen, man kann man sagen, man kann man sagen, man kann man sagen. Ich habe mich in der Nähe von mir in der Nähe von mir. Okay. Können wir zu denen reden? Ich will das nicht. Ah, das ist... Ich will mich nicht mehr überraschen. Ich will mich nicht mehr überraschen. Ich will mich nicht mehr überraschen. Du hast einen versiegelten Vers erhalten. Du hast die Magie dunkle Wand erhalten. Dunkle Wand. Errichte eine Mögergeschmöhe zur Abwehr. Aufladen, damit die Wand größer wird. Haben wir sowas ähnlich schon? Keine Karte. Okay, die hält dann wirklich eine Zeit lang. Nicht schlecht. Die hält da auch verdammt lange, hä? So, wir wollten noch ein paar Sachen kaufen. Vielleicht finden wir hier noch das Zeug, was wir brauchen. Kristallton, Bärstein, Wolle, Wolfshaut. Brauchen wir alles nicht. Wir nehmen aber die anderen Läden noch mit und gucken, ob wir vielleicht einerseits eine Melone finden, wo unsere Schwester von uns wollte. Haben wir ja versprochen, dass wir eine mitbringen. Und theoretisch... Was war es noch? Irgendwas war es noch. Gucken wir gleich in den Questblock. Wenn ich mal welche auf Lager hätte. Ja, alles hinten steht voll, aber... Gemischt war ein Laden. Arznei, Karte der Wüste. Ja, gerne. Karte von auch gerne. Wasser, Melonsamen. Ey, brauchen wir. Melonsamen, Flossenkirbissamen. Nehmen wir mal alles mit. Ciao. Im Namen der Regel. Genau. Ich weiß, dass es hier noch einen Lebensmittelladen gibt. Da müssen wir noch kurz hin. Warte, hier ist der Waffenladen. Erdwurmklaue. Wir brauchen Geld. Ich würde gerne jede Waffe mitnehmen, die es gibt. Darum brauchen wir Geld. Ja, noch bestimmt was im Überfluss. Hier, das alte Schulbuch. Können wir mal sechs wegmachen. Hier, kaputte Antenne. Machen wir mal 17 weg. Easy. Fünf. Drei. Der Rest können wir verkaufen. Zwei Tonkarte definitiv weg. Also, das würde ich gerne behalten. Ganz ehrlich. Genau, zwei weg. Genesung sagt. Gibt alle GP ja eine komplette Nutzung. Bla, bla, bla. Wieder her. Verkaufen wir mal. So. Wie sieht es eigentlich mit Waffen aus? Das ist die neue. 142 Schaden. Magie-Schecke 30. Sehr schwer. Wiedergeburt. Sehr leicht. 152 Schaden. Ob du damit wirklich stärker bist? Äh, schneller. Ja, ist man schon. Ja, ist man schon. Wie ist es mit sehr schwer? Ja, okay. Hi. Alter, nee. So, wir gehen jetzt noch zum Lebensmittelladen. Werden wir wieder unseren abgegradete Waffen nehmen. Die Frage ist, wo ist der Lebensmittelladen? Oh, wir sind gleich da. Da also. Gib mir eine Melone. Nice. Wir haben nicht genug Gold. Ich verkaufe Magie-Tropfen. Einmal. Ein Fisch. Silbererz ungehernt. Kopfererz ungehernt. Vielleicht ein Eisenerze. Ja, komm. Wir sind sowas von pleite. Äh, questmäßig. Äh, die ist besch... Achso, ups. Wie wäre es mit nicht abgeschlossene? Hier. Adlerei. An wenigen Orten zu finden. Da haben wir die Melone. Arzneikraut, Weizen, Sardine. Ja, ja. Das Weiße ist wahrscheinlich wieder verdorrt. Zu 100%. Und wenn es echt so ist, dann finde ich dieses Pflanzsystem einfach nur abschaubensmäßig. Das ist total sinnlos, dann. Meiner Meinung nach. Ich würde sagen, wir gehen hier weg. Wir speichern davor. Nicht, dass es auf einmal wieder abschmiert ist, wäre es ja. Oh mein Gott. Gamer, oder? Ja. Dehdeh. Da! 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 Oh, guck mal, Wölfe. Die geben gut Geld. Wir brauchen auch relativ viel Geld mittlerweile. Komm, eins gegen eins. Ich hab ein fettes Schild. Alles klar. Da kann ich ruhig mal ein bisschen sammeln gehen, um Geld zu erwirtschaften. Silber, ja, so. Doch, sie sind absurd. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Wo glänzt es hier? Ja, wobei doch, es glänzt schon ziemlich. Erstmal Grabständung betreiben. Kann man die jetzt mittlerweile eigentlich bewegen? Ja, ich würde sagen, wir gehen zurück. Oh, nice, okay, es hilft wirklich. Ja, okay, dann ist es aber echt ganz nice eigentlich, dieses Schild. Kann man sich nicht beschweren. Warm ist da grünes Gras. Da müssen wir irgendwann mal rüber. Golderd, wuuuuh, viel wert. So, wir geben mir jetzt erstmal die Melone, dann freut sie sich. Ja. Ich würde sagen, ich laufe zurück zur Stadt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich schon in der Stadt bin. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme, wundervolle Zeit. Danke fürs Einschalten.